Sehr wichtig, denn ich denke, dass wir die Jugendlichen unbedingt darüber aufgehen müssen, welche Gefahren Drogen natürlich in sich birgen. Und ich glaube, das kann man nur machen, wenn man eine objektive, gute Aufklärungsarbeit macht. Ich finde die Aktion ausgezeichnet, denn ich denke, wie ich schon gesagt habe, Prävention ist gut, Aufklärung ist gut. Und wenn man zu viel Alkohol oder zu viele Drogen nimmt, dann macht man sich schlichtweg zum Affen. Und das ist ein gutes Schlagwort, denn Affe möchte keiner sein. Die Stadtgespräche finde ich sehr gut, denn ich denke, so in einer lockeren Art und Weise über Themen zu diskutieren, mit Jugendlichen vor Ort und natürlich auch mit dem Jugendring, ist eine sehr gute Einrichtung, ist ausbaufähig.